Aber die Nordkoreaner haben auch einen furchtbaren Umgang mit der Macht, das ist ja auch heftig. Da ist dann der Vater Präsident und dann irgendwann später ist der Sohn Präsident. Das ist krass. Das kannst du dir hier gar nicht... oder in Amerika. Das ist undenkbar. Das ist so... Das ist so... Oh my days, he's referring to Bush. Whoserizio er日本 1. Okay and the next meeting, his son takes over. Ladies and gentlemen boys and girls you know what time it is, you know what time it is. This is your boy you will share this year one and only, and we are back today on this beautiful day. On this very beautiful day. Today we're gonna be checking out, German political satirist. Wenn Putin ein Psychopath als Bush, Kyiv wird wie Bagdad sehen. Leute, ich bin bereit zu gehen. Das sieht aus wie ein wirklich schweres. Wie schwer, schwer, schweres. Also wenn ich nicht zu viel sagen, gehen wir nach Action. Check das. Ihr kennt mich ja. Ich liebe die Satire, so brutal wie sie kommen. Also wenn ich nicht zu viel sagen, gehen wir an das. Und wir wissen die Deutschland. Die Deutschland, was sie machen, ist effizient, ja. Die Satire, die Brutalität, effizient. Also wenn ich nicht zu viel sagen, gehen wir an Action. Aber bevor wir anfangen, müssen wir die Like-Subscribe geben, etwas Liebe. Und wir haben das angefangen. Los geht's. Okay, ich habe nur die Like-Subscribe und das machen wir. Okay. Wir haben das Handy abgehört. Hm. Wie krass ist das denn? Unbelievable. Die Drecks-Nordkoreaner. Das ist ein Pack. Hm. Ach nee, das waren ja die Amerikaner. Ich verwechsel die jedes Mal. Es ist jedes Mal. No way. No way. Forster. Why is he so dramatic? Why is he so dramatic bruv? Why? Nee, genau. Die Nordkoreaner, die waren das mit Vietnam, diese Entlaubungsaktionen. Genau. Agent Orange, das ganze Zeug. Der Irak-Krieg, dieser völkerrechtswidrigen Angriffskrieg, mit hunderttausenden Toten und diese tausenden zivilen Drohnenopfer im Hindekusch. Das waren die Drecks-Nordkoreaner. Genau. Nee, das waren auch die Amerikaner. Ja, Americans. Nee, die Nordkoreaner, genau. Das waren die mit Monsanto und Halliburton und Blackrock. Genau. Und Todesstrafe und Foltergefängnisse. Das waren die Drecks-Nordkoreaner, genau. Nee, das waren auch die Amerikaner. Schade, dass das nicht alles die Nordkoreaner gemacht haben. Wir hätten jetzt so ein gut begründetes Feindbild, so eine schöne begründete Nordkorea-Feindlichkeit und nicht diese vollkommen irrationale Amerika-Feindlichkeit. Diese vollkommen unbegründeten, dumpfen Ressentiments dauern gegen Amerika, wo keiner weiß wieso. Hm. 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 Ich wusste, das wäre sehr tief. Ich wusste, das wäre eine hart-hittinge Wahrheit. Eine bitter-pill zu spüren. Für alle, die Amerikaner und für alle. Generell. Absurd. Nee, die Nordkoreaner, genau. Das haben die Nordkoreaner. Die haben diese ganze Spionage-Software, an diese ganzen Diktaturen verkauft. Von China bis Bahrain, damit die ihre Oppositionellen in Ketten legen können und die Dissidenten finden und platt machen können. Das waren die Drecks Nordkoreaner. Und die haben, genau, die haben diese Waffen verkauft an Staaten wie Libyen und Saudi-Arabien, wo man da Leute enthauptet. Das machen die Nordkoreaner. Und Giftgas an Assad und an Saddam Hussein. Das waren die Drecks. Nee, das waren ja wir. Das waren ja wir. Das waren ja wir. Das waren ja wir. Hm. Wow. Was haben die Nordkoreaner gemacht? Was haben die gemacht? Ja, was haben die gemacht? Was haben sie gemacht? Ach so, dass sie die Tickern gemacht haben? Hast du keine Raketen testen? Du musst die wochenlang über orientalische Millionenstädte abwerfen. Dann kriegst du auch einen festen Sitz im Sicherheitsrat. Vom Testen ist noch keiner in die UNO gekommen. Die sind so bescheuert, diese Drecks-Nordkoreaner, verstehst du? Die begreifen das gar nicht. Die Nordkoreaner versklaven und unterdrücken ihr eigenes Volk. Sind die bescheuert? Doch nicht das eigene. Du solltest nicht entslaven und oppressen deine eigenen Leute. Du solltest die Leute an andere Leute machen. Aber die Dreckskoreaner machen sie an ihre eigenen Leute. Das ist so. Sehen die nicht, was wir seit 600 Jahren machen wie Europäer? Wir versklaven, unterdrücken alle Völker, die nicht schnell genug auf die Bäume kommen. Alle haben wir abgeschlachtet. In Amerika, in Afrika, in Asien und in Australien. Alle Schamanen geschlachtet und die Priester ihnen weggenommen und alles gebrannt schatzt. Doch nicht das eigene Volk. Und jetzt schicken wir ihnen noch unsere Großkonzerne auf den Hals, die den Rest noch plündern und sie in Elend zurücklassen. Und wenn sie kommen, kommen sie direkt übers Mittelmeer und kommen auf die spanischen Tomatenfelder. Doch nicht das eigene Volk. Logisch haben die Nordkoreaner keine SUVs und Flachbildschirme und Handys. Vom eigenen Volk kriegst du das nicht. Das sind Pille-Männer, die Drecks-Nordkoreaner. Die sind wenig Pazifisten im Pazifik, ehrlich. Auch hier, die Friedensforscher werden gar nicht mehr gefragt in solchen Konflikten. Die Friedensforschung hat so gute Arbeit geleistet in den letzten Jahrzehnten. Wofür haben wir die? Es wird einfach wie in der Steinzeit direkt zu den Waffen gegriffen. Die stehen jetzt da in der Ecke und freuen sich kaputt. Aber die Nordkoreaner haben auch einen furchtbaren Umgang mit der Macht. Das ist ja auch heftig. Da ist dann der Vater Präsident und dann irgendwann später ist der Sohn Präsident. Das ist krass. Das kannst du dir hier gar nicht. Oder in Amerika. Das ist undenkbar. Das ist so. Das ist so. Das ist so. Oh my days. Oh my days. Oh my days. He's referring to Bush. He's referring to Bush. He's referring to Bush. What's America's saying North Koreans are doing? A father was a president. Alright? And the next minute his son takes over. Yeah, America. Same thing happened as well. Oh, wow. America's college success. Das ist so fordemokratisch. Und wir regen uns immer über Putin auf. Dass der jetzt schon wieder im Amt ist. Und schon wieder im Amt. Der Putin ist eine arme Socke. Weil der kein Sohn. Muss der immer wieder selber machen. Oh,ührer ist so, okay. Das ist jeder ehrif ich. Und er ist so. Das ist immer wieder Und er ist so. wieder im Amt. Der Putin ist eine arme Socke, weil der keinen Sohn hat, muss er das immer wieder selber machen. Ja sicher, ja sicher. Vorputmen. Schon heftig da mit dem Putin, ne? Die haben da ja massive Probleme in Russland mit Antisemitismus und Rassismus und Nationalismus. Das kann man sich hier gar nicht vorstellen. Meinen Sie, was hier los wäre? In Russland, alle naselangen werden da irgendwelche jüdischen Friedhöfe geschendet und werden Synagogen und Moscheen bedroht. Meinen Sie, wie hier die Bevölkerung sich vor jüdische Frühteife stehen würde, wenn das irgendwie hier so passieren würde? Die Regierung würde massiv gehen. Da in Russland, da gab es Neonazis, die haben über Jahre dauernd Leute erschossen und dann kam das raus und dann haben die in Russland da die Akten geschreddert und sowas. So läuft das da in der lupenreinen Demokratie. Undenkbare Zustände. Undenkbar. Man kann jetzt nur hoffen, dass der Putin nicht so ein Psychopath ist wie der Busch. Sonst sieht Kiew demnächst aus wie Bagdad. Das kann niemand wollen. 40% aller Russen halten Homosexualität für eine gefährliche Krankheit. Im Vatikan sind es 100%. Von der Seite. Ah, oh mein Gott, das ist ein Mensch. Oh mein Gott, das ist ein Mensch. Wow! 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 Yo! Han訴 dir die Wahrheit, in deinem Gesicht. ohne ein Glas schlauch. Kein Glas schlauch. Nur schlauch in deinem Gesicht. Das ist es. Alles klar? Er stellt die Medien kritisch. Er stellt die Welt. Er stellt die Welt kritisch. Er stellt die Welt kritisch. Das ist was er gehört. Er stellt die Beinung. Er stellt die consumption. Er stellt die Dinge. Er steht an die Welt. was sie tun? Nein, sie sind die Schmerzen. sie sind die Schmerzen. sie sind die Schmerzen. sie sind die Baba Yaga. okay, und wir sind die sicher. wir sind die gute. aber dann, sie sind die gleichen Dinge. also, wenn sie gut machen, aber wenn sie andere machen, sie sind die Schmerzen. yo, das ist ein Schmerzen, okay. ich dachte, ich habe noch gesehen, die brutalste Satire. aber diese ist, sie ist, sie ist, sie ist, sie ist. wow, ich denke, diese ist die schwerste, die ich habe gehört. gut, sie ist wie gut wie die Vocalistisch. das ist ein Schmerzen. das ist ein Schmerzen. was ich sage euch Leute, ja, alle zusammen, ja, ist, dass wir die Forschung haben, ja, nicht nur die Gelegenheit. wenn sie ein Schmerzen, ja, wir tun sie, ja, das ist, das. listen, listen, hören sie, aber dann, machen sie für die Geschichte, weil sie die Geschichte voll. denn das ist verrückt. wenn sie das enthiert, ja, die diese Faktoren, ja. wow, ich habe nicht gesperrt, um sie zusammen zu den, wie sie, das ist. das ist, das ist genial. Hegan Weaver, das ist eine Schmerzen. das ist ein Schmerzen. Leute, ich mache diese mein Weg. ich mache diese mein Weg. wir hören sie. wir schauen sie, wir schauen sie, und sie mit ihnen. die Leute sagen, wir brauchen mehr Wissen. Mehr Wissen. Ja, Wissen ist die Macht. Wir müssen alle Guggenheit erbauen. Aber trotzdem, ich habe keine Angst. Ich sage es, wir brauchen mehr Wissen. Okay, jetzt macht es einen Schmack, das ist ein Schmack für mich. Liebe zu euch.